Ich wollte unbedingt dieses Instrument mal erlernen oder mir jedenfalls mal anschauen, weil ich finde, der Ebers hat ja so eine, aus meiner Sicht, eine tolle Funktion in so einer Band. Ist ja immer so für die Harmonie zuständig, dafür, dass alles zusammenläuft, ist so im Hintergrund, aber immer schlagkräftig da und dann dachte ich, ich will es mal ausprobieren. Wir haben uns langsam vorgetastet und nach dem ein-, zweimal machen, konnte ich sogar einmal schon, ohne hinzugucken, habe ich den anderen Ton getroffen. Yes, großer Erfolg in der ersten Stunde, also sehr cool. Ich glaube, es ist wie so viele andere Dinge im Leben. Man muss sie einfach mal machen. Gerade, wenn man sich irgendwie so überlegt, ey, das Instrument finde ich eigentlich ganz cool, ja, dann probier es halt mal aus. Und entweder es taugt dir, dann machst du weiter oder du sagst, okay, in meiner Vorstellung war es irgendwie anders. Vielleicht ist da ein anderes Instrument für dich eher dein Instrument. Aber ich habe heute wieder gemerkt, wenn man irgendwie so von sowas mal träumt, sollte man es einfach mal ausprobieren. Ich kann das. Musik